Willkommen bei Entsorgung und Recycling Stadt Bern. Die Stadt Bern, mit ihren rund 77'000 Haushalten, sammelt sie jährlich ca. 58'000 Tonnen Kehricht und Wertstoffe. Wir sorgen für die Entsorgung mit rund 20 Nutzfahrzeugen in den beiden Entsorgungshöfen und an rund 45 Sammelstellen in den Quartieren. 410 Kilo pro Einwohnerin und Einwohner sammeln wir jährlich. 43% der gesammelten Menge sind Wertstoffe, die wiederverwertet, also recycelt werden. Das sind jährlich beispielsweise rund 85 Kilo Papier und Karton, 30 Kilo Altglas und 40 Kilo Grüngut pro Einwohnerin oder Einwohner. Aus dem gesammelten Grüngut entstehen beispielsweise Biogas für das Strom- und Fernwärmenetz, sowie Kompost, Dünger und Bodenverbesserer für Schweizer Gärten und die Landwirtschaft. Rund 140 Mitarbeitende hat Entsorgung und Recycling Stadt Bern. 16 Nationalitäten arbeiten bei uns in 12 Tätigkeitsbereichen. Davon sind 36 im Teilzeitpensum angestellt. Entsorgung und Recycling Stadt Bern wurde mit dem Prädikat UND ausgezeichnet und steht damit für familienfreundliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen. Wir informieren und beraten auf diversen Kanälen. Besuchen Sie uns auf unserer Website oder auf Social Media. Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Hashtag gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen? Gibt's gesorgen?